Hallo, ich bin Projekt Held und diesmal mache ich was für meine Mutter. Das war jetzt der nächste Muttertag und zwar schweiße ich ihr eine Rose aus Metall. Da habe ich ein bisschen Spaß beim Schweißen und sie freut sich nachher darüber, dass ich ihr eine Rose schenken kann. Deswegen habe ich gesagt, das ist die perfekte Lösung. Um das Ganze zu machen, brauche ich dafür ein Blech und ein Armierungseisen oder Rundstall oder irgendwas, woraus man einfach den Stiel machen kann. Und dann fange ich gleich mal an. Um die Rose zu bauen, habe ich mir verschiedene Ideen zusammengesammelt, habe auch viel auf YouTube gefunden. Schlussendlich habe ich mich aber für eine Methode entschieden, die ich aus dem Kindergarten noch kenne. Und dafür brauche ich mal eine Schablone. Die habe ich aus dem Internet und habe mir die dann so skaliert am PC, dass es genau auf mein Pedal passt. Weil mit der Schablone habe ich am allerwenigsten Verschnitt. Während ihr das Ganze jetzt reinschneidet, könnt ihr gucken, dass ihr hier schon anfangt, das Ganze einzudrehen. Das macht es euch einmal beim Schneiden einfacher und zum anderen müssen wir es nachher eh machen. Wenn ihr mit der Rose soweit zufrieden seid, könnt ihr auf der Unterseite das überstehende Stück noch abschneiden und dann geht es an das Schweißen. So, mit dem Schweißen bin ich fertig. Weiter mache ich jetzt mit den Blättern und ich gucke vielleicht noch, dass ich hier einen Knick reinkriege, dass es ein bisschen mehr wie eine Rose aussieht und nicht wie so ein Kralerboard. Damit ich die Rose jetzt biegen kann, benutze ich ein paar Teile, die ich von meinem elektrischen Offroad Longboard noch übrig habe. Und damit spreche ich das Ganze hier in den Schraubstock ein und dann kriege ich hoffentlich schöne Knicke rein. Für die Blätter male ich jetzt auf das rechtliche Metall einfach die Form drauf und danach schneide ich die aus und dann haue ich noch mit dem Meißel die Kontur rein, dass so richtig schön aussieht wie ein Blatt. Hier sind die fertigen Blätter und jetzt hole ich eine Meißel und hären wir damit noch das Muster rein. Und jetzt speise ich die auch noch dran. So, das war das Video zu meiner Rose aus Metall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr auch euren Müttern eine Freude damit machen könnt. Eine Freude an der Rose ist, die muss man nicht mal gießen, die verweckt auch nicht. Also hat eure Muster damit bestimmt sehr lange Spaß. Ich hoffe, es gefällt euren Müttern und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.